3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Siedlung Hart von Harald Hoffmann Etwa vier Kilometer östlich von Thayer, in einem heute auf den ersten Blick typischen Waldviertlerwirtschaftswald, befindet sich ein geheimnisvoller und einzigartiger historischer Schatz. Teilweise unter Gras und Moos verborgen liegt die einzige sogenannte Wüstung Österreichs, eine aufgegebene mittelalterliche Siedlung, die je vollständig ergraben werden konnte. Dieser etwa sechsminütige Film soll einen kleinen Einblick in diese vergangene Zeit schaffen und lädt uns ein, uns vorzustellen, wie wohl das Leben in der Blütezeit dieser Siedlung ausgesehen hat. Es begann mit dem Einzelhof Klein Hart. Die umfassenden archäologischen Grabungen ergaben, dass vermutlich im frühen 12. Jahrhundert in einer Quellmulde im Hartwald das 24 x 8 Meter große Steinhaus mit mehrgeschossigem Turm und angeschlossenem Saal von einem Gefolgsmann des edelfreien Herrn von Raabs errichtet wurde. Der Meierhof war der Sitz des lokalen Dorfherrn. Auch wenn diese Anlage einer Burg ähnelte, war diese keine. Sitze solcher Dorfoberen nachzuweisen ist sehr schwierig, denn sie sind bis auf einige Spuren untergegangen. Hart ist auch diesbezüglich etwas ganz Besonderes. Durch Pollenanalysen wurden Waldlichtungen für Ackerbau und Viehzucht nachgewiesen. In einem zweiten größeren Rodungsaufbruch um 12.50 entstand aus zehn Bauernhöfen in Trockenmauerbauweise das Dorf Hart, wobei jeweils fünf Höfe eine Seite des schmalen Angers säumten. Diesen Brunnen, der die Bewohner des Meierhofes mit Wasser versorgte, wie auch die etwas nördlich gelegene Quellfassung, der die Dorfbewohner das benötigte Wasser entnahmen, sollte man sich unbedingt ansehen. Er ist gut sieben Meter tief und war ursprünglich genauso aus Bruchsteinen gebaut wie die Hausfundamente. Auch die ebenfalls rekonstruierte Quellfassung am Dorfrand zeigt eine ähnliche Bauweise. Bei der Freilegung ihres Schachtinneren fanden die Archäologen einen Krug aus dem 14. Jahrhundert, der jetzt im Museum steht. Ein schöner Fund, der gleichzeitig als Datierungshilfe verwendet werden konnte. Das ist ein guter Punkt. Was bestellt? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Die zehn Häuser des Dorfes ähnelten einander zwar, doch hatte jedes gleichzeitig auch seine Besonderheit. Schließlich war es auf die Bedürfnisse seiner Bewohner abgestimmt. Hier entstand das Wohnspeicherstahlhaus, das zum Vorläufer für den späteren Waldviertlerhof wurde. Ursprünglich dreiräumig mit Eingangsraum, Küche bzw. Wohnraum und Speicherraum und meist anschließend angebauten vierten Raum, dem Stahlraum. Kleinhardt war wirtschaftlich auf Eisenverarbeitung ausgelegt. Raseneisenerz war sehr häufig zu finden. Der umliegende Wald wurde gerodet und das Eisen vor Ort erzeugt. Die Schmiede lag am Rand des Herrenhofes, nahe dem Brunnen. Das dreiräumige Haus war vielleicht ganz aus Stein errichtet. Im vorderen Hausbereich befanden sich innen und außen hufeisenförmig gestaltete Herdstellen. Die nur etwa 100-jährige Geschichte der Mikroregion Hartwald verlief in drei Phasen und war anfänglich bei der Errichtung des herrschaftlichen Sitzes von Rodung und Eisenverarbeitung mit etwas landwirtschaftlicher Selbstversorgung geprägt. Später bei der planmäßigen Gründung des landwirtschaftlichen Dorfes von Ackerbau und Viehwirtschaft und endete schließlich mit der Aufgabe des Standorts. Verlassen wurde die Siedlung wahrscheinlich wegen der kargen Böden und sinkender Temperaturen zugunsten dem nahen Anziehungspunkt, dem Mark Theyer, der laufend erweitert wurde. Der Grundbesitz der Siedlungsgründer wurde somit nach und nach wieder zum Wald. Untertitelung des Siedlung Die beschilderte Ausgrabung kann ganzjährig frei besichtigt werden und lässt sich gut mit einem Ausflug ins Waldviertel verbinden. Auch das Museum in Theia, das von einem engagierten Verein geführt wird, lädt zum tieferen Eintauchen in die Geschichte Harz ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020